Herzlich willkommen zu einem brisant Classics. Wir schauen heute auf Themen, die uns in den vergangenen Wochen und Monaten besonders beschäftigt und auch bewegt haben. Lässt sich nach fast 30 Jahren dieses Verbrechen doch noch aufklären, ist die große Frage. Die Polizei in Wilhelmshaven hofft ja. Noch immer ist die Frage nämlich, wer ist denn der Tote von Helgoland 1994? Wurde eine mit Gewichten beschwerte Leiche aus der Nordsee gezogen und nun unternehmen die Ermittler einen neuen Versuch, den Fall von damals und damit das Schicksal dieses Mannes zu klären.